Aikido Ai ist die Harmonie, die Liebe. Ki ist die Lebensenergie. Und Do ist der Weg. Aikido bedeutet also, in Harmonie mit der Lebensenergie zu kommen. Aikido ist mehr als eine Kampfkunst, es ist eine Philosophie. Statt gegeneinander zu kämpfen, wird die Energie eines Angriffes umgeleitet. Das verleiht den Techniken und Praktiken etwas Sanftes, Fließendes, fast wie bei einem Tanz. Trotzdem ist die Effektivität zur eigenen Verteidigung nicht zu unterschätzen. Es sind alles spiralförmige Bewegungen, die halt miteinander sind und nicht gegeneinander und dadurch eher was Heilsames haben. Zusammen mit Miko Gottschalk lernte Ludger Müller vor über 30 Jahren bei Meister Asai. Dieser brachte die Kampfkunst nach Deutschland und ist ein direkter Schüler des Aikido-Gründers Ushiba Murie. 1991 entschieden sie sich, eine eigene Kampfkunstschule in Wuppertal aufzumachen. Irgendwann kam Ludger auf die Idee, ein Dojo aufzumachen, weil es einfach eine sehr schöne Sache ist zu unterrichten. Weil man kann sich sehr viel weiterentwickeln im Aikido, wenn man unterrichtet. Mittlerweile ist das Aikido-Dojo in Wuppertal eine Institution. Egal ob jung oder alt, jeder Interessierte kann in einem Probetraining erste Erfahrungen sammeln. Also es gibt durchaus Leute, die sind 70, 80 sogar, die immer noch Aikido praktizieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017